Hey Freunde, kommen wir zum Woche 7 Widerstandsauftrag, etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe des zweiten oder des fünften Außenpostens der Sieben. In meinem Fall machen wir das Ganze hier oben links beim zweiten Außenposten der Sieben. So, sobald wir dann hier sind, sehen wir hier auch schon die Geräteverbindung hier auf dem Berg. Jetzt landen wir hier kurz, laufen da einmal durch und hören uns das an. Sie erwarten entweder wertvolle Informationen oder das Geheimnis des verschwindenden Mittagessens. Ich wette es war KUNA, Stufe 5 Agent. So, Command-Kavern zum Hacken des Servers haben wir natürlich hier etwas weiter darunter. Ich glaube, wir geben uns dann kurz einmal hin, gehen hier rein, passt auf die EU-Wachen auf. So, und dann sind wir jetzt hier in der Haupthalle und dann müssen wir hier rein. Also hier, wo der Bohrer ist und hier die Treppe einmal runterlaufen. So, sobald wir dann hier runtergelaufen sind, haben wir hier direkt um der Ecke den Server. So, hier interagieren wir jetzt einmal kurz und hören uns das Ganze dann nochmal an. So, und damit hätten wir den Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Und wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!